Die Besitztümer eines Menschen sagen viel über seine Prioritäten im Leben aus. Wenn ein Mann tausend Bücher angesammelt hat, dann zeigt das, dass ihm Bücher extrem viel bedeutet. Es zeigt, dass ihm viel gelegen ist an Wissen und an Weisheit. Ich glaube, man kann Menschen nicht nur spezifisch auf die Bücher, sondern es wird uns auch immer so sehr eingebläut, Menschen nicht nach dem Äußeren zu beurteilen. Doch sehr wohl können wir das, wenn wir wissen, auf was wir achten müssen. Ob ein Mann sich pflegt oder nicht, sagt uns viel über diesen Mann. Auch der Kleidungsstil, weil der wird ja auch explizit gewählt, um etwas auszudrücken. Und so auch mit den Besitztümern. Ob jemand sein Geld lieber ausgibt für Bücher oder für Filme oder für Videospiele oder für Schuhe oder für was auch immer. Das zeigt die Prioritäten, die dieser Mensch hat. Und welcher Mensch er eben auch immer tausend Bücher angesammelt hat in seinem Leben. Das zeigt, dass dem sehr viel an diesen Büchern gelegen ist. Wer seine Wohnung, sein Haus, sein Heim dekoriert mit Büchern, das sagt etwas über diesen Menschen aus. Und zwar etwas, was ich deshalb erwähne, weil es mir gefällt. Das sagt etwas aus über diesen Menschen, was ich eine erstrebenswerte Eigenschaft finde. Nämlich dieser Mensch versucht nicht, dich mit den goldenen Dingen zu beeindrucken oder eher sein Auge daran zu erfreuen, an diesen goldenen Dingen. Sondern er erfreut sein Auge an solchen Büchern, die er anschauen kann und sich davon inspirieren lässt. Das ist für mich etwas, was ich eine sehr positive Eigenschaft eines Menschen finde, die ich gerne hervorhebe. Das ist für mich. Vielen Dank.